Musik Sehr geehrte Damen und Herren, liebe treue Hörer, bei anderen Sendungen wird regelmäßig eine Sommerpause eingelegt. Dies soll es bei Hottentot, Hottentot, Hottentot nicht geben. Allerdings werde ich eine Sommerflause einlegen. Grund dafür ist sicher, dass diese Sendung nur ein Hobbyprojekt ist, bei dem ich trotzdem versuche, immer wieder mit frischen eigenen Titeln zu überraschen. Diese Stücke benötigen Kreativität, Initiative und Zeit. Andere Sendungen suchen eben auch nur bekannte Titel andere Haus, die sie Woche für Woche ihrer Hörerschaft bis zum Erbrechen vorsetzen. Ich bin kein ausgebildeter Nachrichtensprecher und möchte auch keine weitere Short-Show aufziehen. Mein Ziel ist lediglich, euch zu unterhalten. Ich mache immer noch alles selber. Daher investiere ich auch entsprechend deutlich mehr Zeit. Ich betone Freizeit in diese hübsche Sendung namens Hottentot. Über den Sommer werde ich also weniger Neuvorstellungen präsentieren. Jedoch arbeite ich weiterhin an frischen Stücken, die ich dann ab Jahresende veröffentlichen möchte. Ein reichhaltiges Programm wird es trotzdem geben. Ich arbeite an so vielen Projekten, dass diese Sendung sicher nicht weniger unterhält, wenn man einige Titel ein paar Mal öfter hört. Bei anderen Sendungen gibt es eine Sommerpause. Bei Hottentot immerhin nur eine Sommerflause. Ich wünsche trotzdem weiterhin viel Spaß.